Also du bist schon die ganze Zeit hier und hast keine Freunde? Bist du etwa auch schwarz? Ich kann irgendwie die meisten nicht leiden. Ich hab das umgekehrte Problem. Die meisten können mich nicht leiden. Während wir über die anderen redeten, redeten die anderen über uns. Wieso geht sie ausgerechnet mit dem hin? Der ist so verdreckt. Ich denke, er erpresst sie mit irgendwas und er ist total unverschämt. Jeder andere wäre besser als der Typ. Der ist doch... hinterhältig. Das war noch nett ausgedrückt. In Wirklichkeit meinten sie... Was denkt sie sich nur? Der ist doch schwar. Die hat sie nicht mehr alle. Der ist schwarz. Hat jemand einen Schlag mit einem Baseballschläger verpasst, die Augen ausgekratzt und unter Drogen gesetzt? Weiß sie denn nicht, dass er ein Schwarzer ist? Das Gerücht, dass ich mit Carrie zum Schulfest gehen würde, verbreitete sich wie ein Lauffeuer und der Brand sah ungefähr so aus.